Was ist das, was wir in den Norden? Es fragen uns alle, wieso in den Norden. Aber ganz ehrlich, wenn du dort stehst, wenn du die Farbe siehst, wenn du in die Weite schaust, das ist einfach ein Gefühl von Freiheit. Genau das ist zurück zur Natur und weg von meinem Armee willen. Wir sind Josi und Markus und wandern aus, genauer gesagt nach Nordfinnland, 300 Kilometer über den Polarkreis. Mit dabei unsere Hunde. Denn genau um sie geht es bei NALI Tours. Gemeinsam mit ihnen wollen wir ein Wildniscamp für ökologischen Tourismus und nachhaltige Sozialprojekte ins Leben rufen. Eine grosse Herzensangelegenheit ist uns, Hunde aus dem Tierschutz zu zahlen. Sie sollen im Rudel in grossen Freikirchen leben, ganz ihrer Natur entsprechend. Sie sind stur, freiheitsliebend und unfassbar eigensinnig. Passt ein bisschen wie wir. Was wir noch gemeinsam haben, wir sind gleichermassen auf den Erhalt unserer Umwelt angewiesen. Deswegen wird unser ganzes Camp so ressourcenschonend wie möglich betrieben. Sind dabei, wenn Nachhaltigkeit mehr wird wie nur ein Werbeslogan. Und wir den ersten Schritt machen ins Leben voller Wildnis. Im Einklang mit der Natur. Und wir sollten mit dem Erhalt unserer Umwelt